Wirklich so richtig an die Hand genommen. Du musst halt einfach dich selbst mit dem Ganzen beschäftigen. Ich finde die Laira, finde ich super. Aber es sind halt dann so gewisse Sachen, wo du halt riesig was verpasst vom Game. Was wichtig sein könnte, was du eigentlich quasi dann jedes Mal machen könntest. Eigentlich im Kern. Du könntest dich jedes Mal darauf konzentrieren. Steppert da unten, geht schon wieder ab oder was? Schlappel ist steppert oder weiter weggewinst oder was? Oh, wieder Sammeln! Nackt bewurte, das kann wieder was werden. Eieieiei. Wieder so ein Sammelhaber oder was? Na bist du deppert. Oder wieder einfach nur irgendwo dastehen und... Au! Okay, das ist... Das ist nicht uns wieder. Opa! Das ist nicht uns wieder. Flickle irgendwo runter. Na Leihwand. Nicht schlecht. Machen wir schon. Machen wir schon irgendwie. Erinnere dich irgendwie an Sonic. Erinnere dich damals an Sonic. Du machst das schon. Na schau, haben wir eh schon wieder alles eingesammelt. Der Biesteppert. Sind wir eh schon wieder wöd. Der Biesteppert. Der Biesteppert. Äh... Ja, wieder diese Scheissverankerung oder was das auch immer sein soll. So Scheissankern. Aber der ist komplett für den Arsch der Haarwager. Er funktioniert auch nie. Komplett für den Arsch der Scheissdruck. Es ist nicht das. Region. Der Ewigkeit. Schauen wir uns das einmal an. Wird mich interessieren. Wird mich interessieren. Wird mich interessieren. Wird mich interessieren. Aber... Proceed mit extremem Kaution. Passt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut zu wissen. Damit wir sich das dann quasi auch so einteilen. Und... Machen wir dann jetzt doch die eine Mission.